kapitel 16 der schnee würde bei diesem regen nicht mehr lange liegen bleiben es war anfang februar und seit gestern regnte es ohne unterlass was herminas laune nicht wirklich senkte bei dem neuen jahr konnte ihr rein gar nichts mehr die laune verderben sie hatte draco mehr brauchte sie nicht um glücklich zu sein oder zumindest fast nichts anderes allerdings wurde ihre geduld gerade auf eine harte probe gestellt als sie im bad war und versuchte aus einer kleinen flasche 30 tropfen auf einen löffel fallen zu lassen während sally andauernd aufgeregt hin und her lief zehn murmelte hermine und das kleine mädchen rauschte von neuem ins bad und sah hermine zu während sie redete und die waren so süß die kätzchen wirklich die sind doch so klein ja das haben katzenbabys für gewöhnlich so an sich gab hermine knapp von sich und sally sprang von einem fuß auf den anderen ich bin ein kätzchen glaubst du tracy erlaubt es mir keine an fing hermine an und wurde unterbrochen wenn nicht hole ich mir trotzdem eine mrs goldberg hat gesagt dass sie sie herschenkt es klingelte an der haustür und sally sputete an hermine vorbei wobei sie sie leicht stieß und hermine den löffel aus der hand schlug verdammt schimpfte hermine sie mochte sally wirklich aber jetzt gerade nagte sie mit ihrem aufgedrehten verhalten an hermines nerven sie sah auf als sally schon wieder ankam wer war an der tür ach nun lavender ich dachte tracy kommt hermine gehen wir morgen noch mal zu den kätzchen bitte sprudelte sally ohne punkt und komma weiter hermine seufzte und stellte das fläschchen zurück und stellte das fläschchen zurück sie würde später den trank nehmen ich weiß nicht sally mal sehen vielleicht kann draco wieder mit dir hingehen erwiderte hermine und schob sally aus dem bad im zweiten stock das blonde mädchen folgte ihr als hermine in ihr zimmer ging und hob sie sofort auf das bett du musst mitkommen du musst sie auch sehen sie sind so niedlich das eine ist schwarz und hat weiße pfoten es sieht aus als hätte es weiße socken an die kleine lachte und termine fragte sich ob draco ihr vielleicht zucker verabreicht hatte weil sie so aufgeregt war hattest du früher eine katze fahrte sie weiter und termine nickte während sie ihre pergamentblätter wegräumte ja hatte ich einen kater sein name war krummbein wirklich ich will auch eine katze haben meinte sally und sprang weiter auf dem bett rum das zuvor noch so ordentlich gemacht war hermines augen wanderten zu der person die gerade durch die tür kam und fragte was ist denn hier los oh hallo draco ich habe mir gerade von den katzenbabys erzählt begrüßte sally draco und hüpfte weiter was hast du ihr gegeben ein kilo zucker mischte sich ermine ein sie ist total aufgedreht draco schmunzelte und termine hätte ihm am liebsten ein buch nachgeschmissen ich schwöre kein zucker für sally nicht nach dem wach bleiben und auslesen ihres märchenbuches vor drei wochen ich habe keine süßigkeiten gegessen versicherte sally und termine fuhr sich leicht an die stirn schön sally bitte komm von dem bett runter wir werden gleich zum abendessen gehen ich will aber nicht entgegnete die kleine und sprang weiter draco packte sally und warf sie sich über die schulter was die kleine zu kreischen brachte junge dame du hast ermine gehört nicht ich bin kitzelig kicherte sally draco ließ sie runter und sie lief lachend aus dem zimmer hermine atmete erleichtert auf sie ist heute wie ein wirbelwind ich glaube ich hätte sie nicht mit zu dem kätzchen nehmen sollen sie wollte gar nicht mehr gehen erzählte draco unter mir zog eine wässer aus der kommode wie war dein tag hast du etwas neues rausbekommen wollte er weiter wissen und termine schüttelte leicht den kopf nein nichts nur das übliche verschwundene personen und es wurde heute viel in der arbeit darüber geredet dass harry gesehen wurde ich hoffe potter vermasselt es nicht keine sorge harry packt das schon versicherte ihm hermine und draco nahm sie leicht in den arm bevor er sie küsste hermine löste sich schwer von ihm wir müssen runter tracy will heute etwas besprechen lass sie warten verlangte draco und küsste sie erneut nur schwer brachte hermine sich selbst dazu ihn wegzuschieben und ihn mit einem ernsten blick anzuschauen was ihn resigniert aufseufzen ließ na schön dann erst abendessen aber später ab ins bett was wenn ich nicht will hakte sie mit gespielter mine nach und er grinste verschmitzt bevor er sich zu ihrem ohr beugte das hat sich gestern nacht ganz anders angehört sie bockse ihn leicht und er verließ leise lachend das zimmer er war ein verrückter kerl und termine wunderte sich manchmal immer noch dass sie zusammen waren sie zog nachdenklich ihre zimmertür zu und wollte schon die treppe runter gehen als ihr die sache mit dem trank wieder einfiel gerade als sie das fläschchen wieder in die hand nahm hielt sie inne als sie jemanden schluchzen hörte es war lavender hamina konnte sie zwar nicht wirklich leiden und würde wohl eher sie als bekannte bezeichnen anstatt als gute freundin aber seit zwei wochen tat sie ihr irgendwie leid in einer zeitung war ein artikel aufgetaucht von einer massenratia außerhalb londons unter den toten war lavenders tante anscheinend war sie ihr sehr nahe gestanden sie stellte das fläschchen zurück und betrat das zimmer neben dem bad lavender hockte mit angezogenen beinen vor ihrem bett hey sprach hamina sie vorsichtig an und die blonde sah auf und wichte sich energisch über die augen hey tut mir leid es ist nichts ich Hermine ging langsam auf sie zu natürlich ist etwas lavender das mit deiner tante hat dich wohl sehr getroffen nicht wahr lavender nickte zögerlich und hamina setzte ein mildes lächeln auf wenn ich irgendetwas tun kann egal was nein nein das musst du nicht unterbrach lavender sie und stand auf sie ging zu ihrem spiegel und griff nach einem taschentuch um ihr gesicht in ordnung zu bringen bist du sicher hakte hermina nach und lavender nickte erneut ja ja das wird schon wieder wir sollten runter gehen nicht wahr ja sagte hermina knapp und die zwei gingen runter traco sah sie fragend an als sie sich ihm gegenüber setzte und hermina warg gleich mit der hand ab sie würde es ihm später erzählen das abendessen verlief zu beginn ruhig und in gewohnten bahnen henry redete mit hermina über einige erkrankte menschen im viertel dean erzählte von der arbeit während ida mit tracy und lavender den ablauf für morgen durch sprachen welche arbeiten anstanden und was priorität hatte weshalb alle verwundert aufsahen als ich tracy räusperte und in die runde sah wir wir müssen euch etwas sagen sie stieß dean leicht mit der schulter an der sein glas zur seite stellte also dean und ich müssten euch etwas sagen alle augenpaare richteten sich auf die beiden und tracy biss sich auf ihre unterlippe willst du es ihnen sagen wenn du willst entgegnete dean und tracy nickte stumm naja dean räusperte sich ebenfalls ich mache es kurz und schmerzlos ich habe tracy gefragt ob sie mich heiraten würde und ich habe ja gesagt wir sind verlobt fügelt tracy hinzu und hob ihre hand zum beweis ein schmaler weißgoldener ring schimmerte an ihrem finger die glückwünsche und umarmungen kamen sofort ida tupfte sich mit einem taschentuch aufgekommene freudetrennen weg und draco schlug den anerkennend auf die schulter was ist verlobt fragte sally und henry beugte sich zu ihr wenn zwei menschen sich sehr sehr lieb haben dann verloben sie sich bevor sie heiraten also bevor sie mann und frau werden verstehst du das das männchen nickte und sah in die runde und wann verloben sich denn draco und hermine hermine verschluckte sich an ihrem getränk und draco senkte den blick gute frage murmurte dean mit einem grinsen was hermine mit einem strengen blick quittierte und ida zog sally auf den joes dafür muss man länger zusammen sein nicht unbedingt meinte dean noch breiter grinsend und tracy rollte mit den augen dean was ist doch wahr das ist nicht spruchreif meinte draco und hermine nickte zustimmend noch lange nicht der gedanke ging ihr allerdings nicht aus dem kopf auch nicht als sie schon längst mit draco im bett lag seit der einen nacht schliefen sie ständig zusammen in einem zimmer weshalb es auch nicht lange gedauert hatte bis die anderen mitbekommen dass zwischen ihnen etwas lief levander hatte auch den rest des viertels etwas wissen lassen zu bedauern von hermine denn mark hatte es so über dritte erfahren er mit sie zurzeit hatte in der arbeit nur ein früchtiges hallo und tschüss für sie übrig was ihr ein wenig zusetzte ich kann nicht schlafen wenn du so viel nachdenkst riss ricos stimme sie aus ihren gedanken und sie spürte wie er sich ab die seite drehte und sie im dunklen zimmer musserte sag nicht du denkst immer noch darüber nach was sally heute gesagt hat zum teil erwiderte sie knapp und hörte ihn langsam ausatmen was stört dich daran so hakte er nach und sie schüttelte den kopf es stört mich nicht aber du denkst darüber nach nicht nur ich ach keine ahnung brach sie ab und erstrich ihr leicht über den arm dann wäre der gedanke so schlimm für dich mit mir verheiratet zu sein nein sagte sie mit nachdruck das ist es nicht draco es ist nur zu früh darüber zu reden vollendete er ihren satz und termine stützte ihren kopf mit ihrer hand ab willst du die wahrheit wissen ja sie atmete tief ein und aus wenn du mich jetzt fragen würdest wäre die antwort nein nicht weil ich dich nicht mag oder weil ich mir mit dir kein leben vorstellen kann ich denke nur dass es zu früh wäre wir sind noch nicht lange zusammen verstehst du er zog ihre freie hand zu sich und berührte mit seinen lippen ihre fingerspitzen ja das verstehe ich sie war erleichtert dass ihres verstand und er sprach weiter während er sie näher zu sich zog außerdem wäre es auch ein wenig schwierig jetzt zu heiraten oder es war mehr als nur schwierig es war unmöglich draco todesser und rein blut hermine widerstandskämpferin und muggelgeborene sie würde schneller beseitigt werden als abfall da war sie sich sicher sie versuchte den gedanken abzuschütteln und das hier und jetzt zu geniessen hier zu liegen mit draco mit dem gefühl behütet und beschützt zu werden während sie in seinen armen lag wer wusste schon was sie zukunft brachte was sie zukunft brachte was sie zukunft brachte mit einer abt